Eine neuwertige 3-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Hattersheim. 2012 wurde das Mehrfamilienhaus erbaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, eine Einbauküche sowie einen Parkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Etagenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 78 qm. Die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung beläuft sich auf 1010 €. KP International steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Die Etagenwohnung. Bis zum nächsten Mal.